Vorher, nachher. Vorne trete ich auch. Lachen. Kommando weist noch und einfach immer laufbereit machen. Treten wahrscheinlich wieder auf die andere Seite. Drei, zwei, eins, los! Und lauf! Okay. Und hinsetzen. Die Arme nach hinten, die Elbogen nach hinten. Wuhu! Wir haben schon die Starte. Achtung! Kannst du mal Winkel? Superstart! Jetzt, wenn wir so einen Dauerton haben, würde man sinken. Und vorher, gleich nach dem Start, haben wir so Piepstöne gehabt. Ja. Das wäre Steigen. Jetzt müssen wir dann doch, wenn wir etwas Glück haben, versuchen, diese Stelle wieder zu finden, wo es hoch geht. Ja. 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 Ich von der interessantן была. Wann verstehen wir's auch hin? Als du möchtest sehen wir's neutral und du wenn die fremd zu tun und gu separately hast,postô zu kommen. Da nach unten, kleine Fiesel. Ich mach deinen Schalen hinter rein, keine Angst. Da hängt man voll im Gesicht. Guck mal, traumhaft, jetzt fliegen wir zu der Alte rüber. Ja. Jetzt kannst du mal hier die Bremse selber nehmen. Nur wenn du möchtest. Die andere Seite auch. Jetzt zieh ich mal rechts etwas nach unten. Ja. Echt? Darf ich mal noch schnell? Ich glaube hier auch noch gleich. Wenn wir drück haben wegen der Piamik. Ja. 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 Ja! Da ist gut! Gut abgelenkt! Gut abgelenkt! So, dann kann ich mal langsam ab und nach vorne machen. Genau, du kannst nichts verloren, keine Angst. Dann langsam auch wieder aufrichten, so dass du da rauskommst. Langsam so langsam wieder. Kannst du mal winken? So, du bist schlafbereit? Ja! Nicht erschrecken! Die letzten paar Meter gehen ganz schnell vorbei. Okay, aber ihr remst jetzt mit allem aus und du versuchst einfach auf den Beinen zu bleiben. Ja! Kannst du vielleicht so leicht nach vorne beugen dann? Und dann packen wir das. Jetzt muss ich den Windrängen wechseln lassen. Versuchen wir, dass wir da vorne landen, wo die Leute sind. Jetzt hoch. Jetzt schlägt er zu. So, wunderbar! So, jetzt runter. Und versuch zu laufen. Jawohl! Jawohl! Ich bin da auf den Fuß gestanden! Aufstehen! So, jetzt drehe ich dir gerade kurz um zum Skiern. Wo ist das denn? Tipptopp! Er hat bald falsch gelandet. Ewa tipptopp! Na, jetzt geht's mal mit. Da ist Sorge. Wir sind schon auch mit Sorge. Fünf. Ewa! So. Schönen! Ewa! Tipptopp! Bis zum nächsten Mal.